Willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute geht es um die BCAAs Explode von Olymp. Ich werde ein bisschen was über BCAAs Allgemeine erzählen und dann einfach noch, warum ich auf dieses Produkt zugreife. Also bleibt dran und seid gespannt. Vielleicht erzähle ich erstmal ein bisschen grundsätzlich was über BCAAs und warum ich sie nehme. Grundsätzlich möchte ich davor sagen, ich spreche keine Empfehlungen aus, ich kann nur meine eigene Erfahrung sagen, wie ihr damit umgeht. Das müsst ihr selbst wissen. Das kommt auch auf die Ziele des Einzelnen an und wie man einfach Dinge zu sich nehmen will. Aber grundsätzlich werde ich jetzt erstmal was erzählen. Grundsätzlich sind einfach BCAAs dazu da, neue Muskulatur aufzubauen und die vorhandene Muskulatur im Prinzip vor dem Abbau zu schützen. Das Ganze oder was steckt in den BCAAs? BCAAs sind verzweig-kettige Aminosäuren, sprich Leukin, Isoleukin und Valin. Diese spielen halt einfach eine sehr wichtige Rolle für die Muskelqualität und sind halt ein relativ schneller Energiespender. Das macht es halt einfach so gut für das Workout. Grundsätzlich muss man einfach sagen, es ist gut, sie einmal vor dem Workout einzunehmen, weil dort hast du einfach eine muskelschützende Rolle, weil es einfach natürlich sein kann, je nachdem wie hart du trainierst, dass Muskeln verbrannt werden und das will man natürlich eigentlich nicht und da kann man diese hier einfach vor dem Training einnehmen und hat dann natürlich einen gewissen Muskelschutz. Nach dem Training hilft es natürlich beim Muskelaufbau, weil du einfach sehr schnell Aminosäuren hast, die natürlich den Muskelaufbau natürlich beschleunigen. Manche nehmen sie auch noch nach dem Aufstehen, da nehme ich sie jetzt nicht. Da kann man sie auch nehmen, um einfach natürlich den Haushalt an Aminosäuren sehr, sehr schnell wieder aufzufüllen. Das mache ich persönlich nicht, es gibt aber sehr viele, die das einfach machen, um das natürlich nochmal ein bisschen zu unterstützen. Wie gesagt, insgesamt BCAAs, so wurde es mir immer beigebracht, einfach zum Muskelschutz, vor allem damit es halt nicht abbaut oder damit es nicht zu Muskelschäden kommt. Deswegen nehme ich immer so ein bisschen was vor dem Training, ein bisschen was nach dem Training. Wie gesagt, insgesamt ist hier dann auch so ein Scoop drin, so dass man sich das portionieren kann. Jetzt vielleicht nochmal grundsätzlich, warum ich zu dem Produkt von Olymp greife. Ich schraube es mal eben auf. Es hat einfach den Vorteil, dass es einen saugeilen Geschmack hat. Schmeckt so ein bisschen wie ein, ich habe es jetzt mit Orangengeschmack. Es gibt glaube ich Orange und Zitrone, zumindest die kenne ich jetzt. Hat einfach so einen richtigen Booster-geilen Geschmack. Ist so ein bisschen wie, ja Wasser mit Orangengeschmack, aber so richtig geil. Also ich kann mich daran erinnern, mein Vater war früher beim Boxtraining und der hatte immer so eine Art Energydrink, den er sich selbst zu Hause gemixt hat. Ich weiß gar nicht, was das für ein Zeug war. Also da war ich viel zu klein, um das zu verstehen. Aber es hat genauso geschmeckt und das erinnert mich immer daran. Also ich fühle es einfach vom Geschmack saugeil. Wie gesagt, Glutamine und Vitamin B6 ist auch noch mit drin. Genau, vielleicht noch zum Verhältnis. 2 zu 1 zu 1. Eigentlich so das optimale Verhältnis, was die BCAAs untereinander haben sollten. Deswegen, wie gesagt, ich empfehle euch das Produkt. Kauft es euch, wenn ihr Bock darauf habt, BCAAs zu nehmen. Falls ihr vielleicht noch ein bisschen spezifisch etwas zu BCAAs hören wollt, dann schreibt es einfach noch mal in die Kommentare. Dann mache ich vielleicht noch ein Video, wo ich das Ganze vielleicht noch ein bisschen wissenschaftlicher erkläre. Ich habe es jetzt einfach mal so erklärt, dass es irgendwie, ich sage mal, jeder verstehen kann. Deswegen, wie gesagt, gebt sonst einen Daumen nach oben. Schreibt vielleicht, was ich sonst noch testen soll. Ob ihr vielleicht mehr Muskelaufbau-Videos sehen wollt oder ein paar Tipps einfach sehen wollt, dann kann ich die euch auf jeden Fall auch noch geben. Kurzer Nachtrag. Ich verlinke euch natürlich das Ganze hier in der Infobox. Da könnt ihr es kaufen. Auf Amazon immer innerhalb von zwei Tagen ist es da. Wie gesagt, das ist eigentlich eine sehr günstige BCAA-Alternative. Vom Geschmack her einfach super. Wie gesagt, für mich ist es das Beste, was es gibt. Ich habe es euch verlinkt. Kauft es euch, wenn ihr Bock drauf habt. Ansonsten, bis zur nächsten Folge. Viel Spaß und ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020